Vier Jahre ist es nun her, dass sich die sterblichen Völker zusammenschlossen, um gemeinsam dem Ansturm der brennenden Legion zu trotzen. Zwar wurde Azeroth gerettet, doch der aus der Not geborene Pakt zwischen der Horde und der Allianz ist zerbrochen. Und wieder lässt der dumpfe Klang der Kriegstrommeln die Erde erbeben. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ARD Text im Auftrag von Funk